Aus den totgesagten Geisterdörfern am Tagebau sollen Zukunftsdörfer werden. 1500 Menschen wohnten mal in den 5 Orten, jetzt sind es rund 200. Früher hat auch Oliver Kanneberg hier mit seiner Familie gelebt, dann das Haus an RWE verkauft. Er will zurück, jetzt wo die Dörfer stehen bleiben. Ob er das kann, hängt von der Leitentscheidung der Landesregierung ab. Am Freitag stellt die Wirtschaftsministerin die im Landtag vor. Diese Leitentscheidung, die die Landesregierung dem Landtag nun vorlegt, markiert einen historischen Punkt. Wir stellen heute nach mehr als 170 Jahren Braunkohleförderung die letzte Leitentscheidung des rheinischen Braunkohlereviers vor. Auf das Grundstück seines alten Hauses darf Oliver Kanneberg nach dem Verkauf nicht mehr. Jetzt, wo seine alte Heimat nicht abgebaggert wird, will er Haus und Garten zurückkaufen. Schon im März waren wir bei einer Bürgerbeteiligung zur Leitentscheidung. Kanneberg wünschte sich von der Ministerin klare Vorgaben, wie er sein Haus zurückbekommen kann. Damals sagte er uns. Jetzt ist das toll, das ist ein gutes Gefühl. Ja, und es sieht gut aus, es ist top in Schuss. Man könnte es sofort wieder beleben. Und jetzt? Wird das was, wo die Leitentscheidung endlich da ist? Die Ernüchterung ist groß. Die Ernüchterung ist sehr groß, muss ich ehrlich sagen. Also für die sogenannte Vorkaufsoption für ehemalige Bewohner, ja, ist das ein Schlag ins Wasser. Da muss man ganz klar ungefiltert auch sagen, dass die zwei Parameter, die jetzt da eingeflossen sind, sicherlich niemanden dazu bewegen, zurückzukehren. Was er meint? Ehemalige Eigentümer bekommen eine Option, nicht per se das Recht zurückzukaufen. Wie teuer es wird, weiß niemand. Und sie müssen selbst wieder einziehen. Vermieten dürfen sie ihr altes Haus also nicht. Richtig viel mehr weiß auch der Erkelenzer Bürgermeister durch die Leitentscheidung nicht. Nur, dass es den Rückkauf geben kann. Das ist gut so, aber welche Konditionen, da hätten wir uns gern noch mehr Klarheit gewünscht. Deshalb müssen jetzt auch zeitnah Gespräche geführt werden, weil diese Fragen laufen bei uns auf. Denn Klarheit haben sie nicht. Auch nicht die Erkelenzer, die jahrzehntelang mit dem Tagebau gelebt haben. Und wissen, dass einige Dörfer nun doch bleiben. Aber was soll jetzt draus werden? Wenn ich mir vorstelle, ich habe da jahrelang gelebt in einer intakten Dorfgemeinschaft. Und darf jetzt wieder zurück und sehe das Dorf, wie es da quasi verwildert ist. Das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Aber das muss dann jeder, glaube ich, selber entscheiden, wie er da an seinem Zuhause noch hängt und nicht. Ja, es ist natürlich eine komische Situation für alle. Aber ich glaube, die wenigsten wollen auch wieder ins alte Dorf zurück, weil man sich einfach neu eingelebt hat. Was passiert mit den Orten? Da ist Investitionsrückstau von vielen Jahren. Die Stadt hat nicht mehr viel gemacht, logischerweise. Die Leute selbst haben gedacht, wir verkaufen, weil sollen wir noch großartig in unsere Häuser investieren. Und jetzt ist da ein Riesenproblem. Wer soll diese energetisch auf den neuesten Stand bringen? Die Frage, was bleibt und was neu kommen soll, müssen sie jetzt vor Ort klären. Dafür braucht es Geld. Es gibt hier einen Topf von 14,7 Milliarden Euro und der ist fürs Rheinliche Revier. Und es gibt Aussagen, die stehen auch in der Leitentscheidung drin, dass auch für die Dörfer, für die Flächen jetzt reserviert werden wird. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen kein Windhundverfahren, wir wollen Verlässlichkeit, wir wollen keine Antragsfristen, sondern wir wollen verlässlich mit den Bürgerinnen und Bürger vor Ort die Dörfer reaktivieren. Und dafür brauchen verlässliche Finanzmittel. Und da steht jetzt erstmalig auch drin, dass das Land sich dem verpflichtet. Doch manche Details aus der Leitentscheidung kommen zu spät. Im Landtag kündigt die Ministerin an. Die ab jetzt geltenden Abbaugrenzen zu den Erkerlenzer Ortschaften Keilenberg, Kuckum, Ober-Unterwestrich, sowie Berberat, den Feldhöfen Eggeraterhof, Reuterhof und Weiherhof, sowie den Ortschaften Mönchengladbach, Wannloh sowie Tizjackerath, werden auf einen Abstand von mindestens 400 Metern sowie im Fall der Ortschaft Erkelenz-Holzweiler auf 500 Meter festgelegt. Das ist die Landstraße vor dem erwähnten Keilenberg. Erst vor wenigen Wochen wurde sie weggebaggert. Genau hier im Weißen Haus und in erster Reihe zum Tagebau wohnt Karm Petrovan. Sie und einige andere Anwohner haben selbst versucht nachzumessen und befürchten, 400 Meter sind es nicht mehr, bis zum Wall des Tagebaus. Das ist natürlich das, was im Titel dieser Leitentscheidung steht, dass wir Bevölkerung jetzt Klarheit haben. Ja, quasi so, ja, die ist aber nicht gegeben. Wir haben diese Klarheit nicht. Wir wissen nicht, hat der Bagger jetzt diese 400 Meter überschritten oder nicht? Wer garantiert uns das? Ab jetzt gelten mindestens 400 Meter Abstand zu den restlichen Dörfern. Und was ist, wenn die schon unterschritten sind? Dann ist das ein Faktum, was tatsächlich auch vorliegt in Keilenberg. Da ist bereits in vorvergangener Zeit eine Distanz von 355 Metern. Das ist das, was auch bekannt war unter der letzten Leitentscheidung. Wir haben für die Zukunft, für die Menschen, die ihre Dörfer zu Zukunftsdörfern mitgestalten wollen, sichergestellt, dass ausreichend Abstand zur Tagebaukante existiert mit mindestens 400 Metern. Wie es weitergehen soll, was aus den Dörfern und Menschen wird, vielen in der Region ist das nach der Leitentscheidung ähnlich unklar wie vorher. Wir haben die nächsten Mal.